moin moin und willkommen zurück bei transport fever ja das letzte mal haben wir unsere linien umgestellt auf tram ich werde erstmal hier schon mal starten und ja ich muss jetzt natürlich die linie noch umbenennen weil die heißen immer noch bus die endlich mal in der ender ich mal eben auf drum so damit er doch alles seine richtigkeit hat die beiden trams fahren immer noch miese hier blaue ist jetzt gerade erst neu wundert nicht aber kälber will nicht so richtig gucken wie die auslastung hier aussieht hat gerade abgeladen 0 4 von 5 wartet noch einer wäre auch voll hier wartet auch noch zwei dann kriegt der andere auch gleich auch noch wieder mit bahnhof ist gut bewohnt hier da ist richtig los ja gut was natürlich jetzt schwierig für die trams macht ist dass der bahnhof hier das meiste schon im einzugsbereich hat durch die mehreren anschlüsse aber gut müssen jetzt durch da kommt unsere lockt bringt noch mal eine schmale mark ich denke die werde ich auch gleich nutzen den kredit weiter zu tilgen so das ist nur noch zweieinhalb mille mal gucken wie er jetzt sein tempo hält da gibt es gleich hier die nächste kohle fast voll der zug hervorragend also es regnet sich auch auf jeden fall würde ich auch gleich nutzen noch mal 500 zurück zu zahlen jetzt haben wir wieder quasi nur den startkredit die sind ja jetzt noch nicht so alt ne neun jahre die haben noch ein bisschen lebensdauer waren es 15 oder sogar 25 jahre weiß ich jetzt gar nicht hier die alten postkutschen können wir da eben verchecken mal gucken die haben eine lebensdauer von 15 jahre die neun hätten 20 aber vielleicht ist bis dahin ja der erste dampflkw verfügbar und ich denke was jetzt eine gute idee wäre ist diesen frachtbahnhof hier ausbauen da können wir nämlich hier wieder ein großteil der strecke nutzen die schon vorhanden ist und die von hier dann weiterführen hier am bauernhof hier weizen laden müssen wir dann allerdings mit lkws noch darüber bringen und hier zur nahrungsmittelfabrik den weizen hier abladen den weizen nee vieh ist besser und zwar aus folgendem grund vieh wie kann man nämlich in den ich zeig das mal kurz wir transportieren nämlich dann das vieh wo sind die wagen hier genau guter waggon da geht vier ein und die fabrik produziert dafür lebensmittel die gehen auch hier rein anderen worten wir können dann den ganzen wagen voll klatschen mit einem einer waggon art und die gehen dann alle da weg das ist natürlich die optimale lösung sag ich mal für uns dann können wir nämlich nachher das weizen für was anderes nutzen zum beispiel jetzt ich sag mal einfach hier hinten könnte man kunststoff daraus machen aus zwei weizen ein kunststoff das gibt's bestimmt auch noch irgendwo ein bisschen näher dran aber vieh ist jetzt erstmal die bessere wahl wenn man nur lebensmittel herstellen will und wenn wir die dann wieder an diesem bahnhof hier abliefern können die lkws treibstoff und lebensmittel verteilen was schon mal ziemlich cool ist dann müssen wir nämlich allerdings noch mal hier eine zweite tour lkws rein machen weil ich glaube dann kommt die paar lkws die wir haben damit nicht mehr klar jetzt schon 19 treibstoff hier die lok ist auch auf dem rückweg mit 41 km h also die ist bedeutend schneller als die alte die investition wird sich auf jeden fall lohnen ja aber ich denke das ist das beste wenn wir wirklich dann von hier viel lebensmittel und lebensmittel direkt runter wieder dann haben wir nämlich auch nur quasi eine halbe leertour und zwar von hier dahin lebensmittel wieder zu holen aber das nächste geld was jetzt verdient wird wird in diese strecke investiert dann schon mal gucken was der ausbau des bahnhofs kostet 162 k alleine der ausbau nicht schlecht oder geht schon was acht tracks ist natürlich schon das schon bahnhof das kostet nicht sehr viel mehr als den auf zwei ausbauen kann ich den auch gleich auf drei ausbauen dann kann ich die spur nämlich von hier direkt weg ziehen ich denke das ist besser dann habe ich nämlich auch noch die option hier noch ein güterzug einzuführen die eventuell zu viel ware weiter zur nächsten stadt transportiert weil irgendwann wird punkt erreicht wo die stadt das nicht mehr alles fressen kann sage ich mal wobei der noch eine ganze weile entfernt ist sie fährt immer noch 15 kmh die alte hat irgendwie nur zehn geschafft das hier ist auch die brutalste steigung also wenn noch leistungskräftigere vlogs verfügbar sind ist das hier ein kandidat zum tauschen diese lok ist jetzt 20 jahre alt sollte man auch mal so ein bisschen auf dem schirm behalten wobei das rechnet sich immer noch ziemlich gut neben der lebenserwartung von etwa 30 jahren geplant ja beide sehr sehr gut das heißt sie hat noch ein paar jährchen und selbst danach kann man sie immer noch betreiben weil die fährt ja so viel kohle ein wenn die ein bisschen veraltet ist jetzt nicht so schlimm worauf ich dann nur achten muss ist dass das nicht übertrieben wird aber vielleicht können wir da noch aussitzen bis dann noch eine bessere lok verfügbar ist so preis leistungs mäßig so ich werde das geld jetzt schon mal nutzen den bahnhof auszubauen auf drei tracks so haben wir das nämlich auch schon mal würde ich nämlich hier die strecke nutzen und dann tatsächlich hier noch mal anzuschließen und dann von hier da hoch dafür bräuchte ich erst wieder ein bisschen monetas so wir sehen die passagierzahlen aus wir warten 24 da wollen 39 hin hier warten personen wir warten immer noch neun ok für trams habe ich hier unterwegs mal eben schauen drei und die fahren immer noch miese na gut aber nicht nicht sonderlich viel ich denke das rechnet sich bald das ist auch voll also das wird sich bald rechnen da warten noch leute der an strom hier wird auch immer größer ich denke ich werde noch eine tram dazu holen halt ein bisschen im auge behalten wie das mit den linien hier läuft aber die scheinen nach und nach jetzt alle langsam aus dem miesen raus zu kommen die hat null personen dabei warum wahrscheinlich weil noch keine da waren also ich glaube die tram hier unten wird sich lange nicht rechnen aber das hat keinen unterschied gemacht ob es tram oder busse sind die hätten sich beide nicht gerechnet die ist voll die nicht da siehst du immer die in blaue macht jetzt langsam gewinnen gegen felden macht jetzt auch gleich grüne zahlen doch nicht mehr jawohl könnte reichen bei minus 194 noch mal schauen wird sich früher oder später jetzt geben ich werde jetzt auf jeden fall erstmal anfangen die gleise zu verlegen gas Obama für alles evaluieren die ute ja hier So, auf jeden Fall So, die Lok, die auf jeden Fall von hier kommt, hat Wartepflicht. Zur Not muss man hier nochmal irgendwie eine kurze Ausweichstrecke bauen. Ne, ist mir zu langsam, ich will es schneller haben. So, 120 durchballern, das ist genau das Richtige. Könnte jetzt natürlich auch eine Brücke bauen, aber eine Brücke wird natürlich extremst teuer, aber macht er jetzt nicht. Ne, Brücke will er nicht bauen, okay. Dann bauen wir halt doch eine Kreuzung. Schon mal so ein bisschen leicht ziehen, so, so ist genau richtig. Dass wir an der Kohlemine vorbeikommen. Das Wichtigste, schön aufs Tempo achten. So, dann jetzt hier ein Güterbahnhof. Oder auch nicht, weil man keine Kohle hat. So, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr LKWs. Hier kommt schon wieder neuer Treibstoff. Na nun, hat er auf einmal weniger Treibstoff hier, oder ist die Bahn zu schnell, dass er nicht hinterherkommt? Auf jeden Fall brauche ich hier noch zwei LKWs, die das wegschaffen. Nicht genug Geld, muss das erstmal der eine tun. Und er kann ja auch etwas mehr transportieren und ist sogar etwas schneller. Die 50 kriegt er ja wohl noch voll, oder? Noch nicht so richtig. Rammt meine ich. Rammt meine ich. Oh. Der Zug ist auch voll, hervorragend. Nutze ich auch jetzt erstmal um noch einen weiteren LKW dazu zu kaufen. LKW kann man auch nicht sagen, Pferdekutsche, damit wir den Treibstoff schneller abtransportieren können, weil der wird ja jetzt früher oder später auch noch Brot zu kaufen. So. 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 Und jetzt noch die Bahn bis zum Bahnhof. So. 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 Das lässt sich nicht verhindern. So. Und da haben sie natürlich tief gebuddelt während das investments passiert. Schwierig können das jetzt werden ? Oh. Ne. Kann so gelegt werden. hervorragend wird einfach angeglichen weil ich weiter ernsthaft da muss ich jetzt noch ein bisschen probieren jetzt ich werde jetzt noch ein bisschen probieren So, das ist noch ein Dich. Schön, dass wir hier geschwindet lassen. Kostfreit. Ich glaube, hier ist eine weitere Tram fällig. So. Fast nicht mehr zu sehen. Hier ist ein kleiner Ansatz. So, Güterbahnhof. Jetzt den natürlich wieder so hoch. Ein bisschen Karten. Wenn es geht, die Reise. Nicht groß anders machen jetzt. Ja, das wird ein bisschen Zeit brauchen, wenn der Zucki die Strecke fahren will. Dann klicks günstig bauen. So. Gucken, was er dazu sagt. Boah, 135.000. Gucken, ob es noch ein bisschen billiger geht. Nicht wirklich. Bauen wir noch mal stückchenweise. So. Das ist auf jeden Fall billiger gewesen. So. Neue Linie. Lebensmittellinie. Ja, machen wir gelb. So. Ähm. So. Lebensmittelfabrik. Blaue Felder. So. Dann kommt jetzt hier nämlich ein Lkw Depot. Aber hätte man hier auch noch die Möglichkeit mit Baustoffen nebenbei. Beim Bahnhof ausgebaut. Aber okay. Für später. Äh. Güter. So. Dann baue ich auch gleich die große Lkw Station. Am liebsten würde ich die jetzt natürlich gleich hier oben bauen. Ist dann Reichweite. Ja, ich baue die hier hin. So. Und eine hier hinten. Aber da reicht die kleine. Große ist nur, wenn da nachher noch tatsächlich Baustoffe zukommen. So. Dann. Bauen wir natürlich noch ein Depot. Straßenfahrzeuge. Hier wird auch knallgelb. Zwei Stück müssen erstmal reichen. Zuweisen neue Linie. Auch in Gelb bitte. So. Haben wir das auch. Dann fehlt jetzt nur noch der Zug. Dann nehme ich mal wieder ein bisschen Kohle für auf dann. Das nützt ja nix. In Gelb für die Linie. So. Vieh und Lebensmittel. So. Vieh und Lebensmittel. So. 80 Meter lang. So. Reicht noch nicht. Da geht noch ein bisschen mehr. So. 48. Da musst du mit hinkommen. Ich hoffe der Zug zieht das jetzt auch vernünftig. Oh. Ich habe die Linie gar nicht umbenannt. so. Achso. Ganz wichtig. Blaue Felder. Vollladen einer Fracht. Dass er da erst wegfährt wenn er auch wirklich voll ist. so. 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 Was kriegen die dann dann für eine Farbe, für so eine Allgemeinlinie. Da werden die neuen Fahrzeuge nämlich alle in der Farbe. Und schön dunkles Grün vielleicht. Also kriegen alle neuen LKWs jetzt die Farbe. Die alten lasse ich jetzt, wie sie sind. Ja, die neuen hängen natürlich den alten im Nacken. Sollte man vielleicht auch mal austauschen. Ähm, wie viel von den alten habe ich denn noch auf der Linie? Der ist sowieso gerade leer. Der ist leer, also ab ins Depot. Der liefert noch an. Die beiden noch im Auge behalten. Und dann schon mal direkt neue Fahrzeuge drauf. Ähm, dunkelgrün. Keine Kohle. War klar. Ah, der ist okay. so und tschüss da ist nur noch einer über aber der hat es auch nicht mehr weit so aber ich sehe gerade schon wieder 30 minuten transport fieber sind schon wieder voll wenn es euch gefallen hat lasst mal einen daumen kommentar oder ein abo da und ich würde sagen dann beenden wir die folge mit dem blick auf diesen etwas komisch aussehen den gelben zug und dann bis morgen